Yo Leute, und damit wieder willkommen zu Spar-Challenge, Flash! Ja, mit Tentos! Die bekloppten Brothers! Ich hab hier mit auf der Brücke ausgemacht eben. Was hast du ausgelockt? Ja, bei den Übergang. Ach man, warum geh ich einfach so weit Wasser holen? Hier hab ich doch was in der Nähe. Boah, bist du schlecht. N comme ça... Der doof... Ja! Der doocere Flash! Oh! Vier Skelette da oben. Cool Z male tvåomme ! Schön hier stehbareelmentor! Ja, spring mal weiter runter! Du bist vier und du treffst mich natürlich dabei. Hmmm... Wo hab ich Nea Gotter, da? Nea Gotter, einmal rein damit Boah, erstmal Essen! Du hast nicht mehr... So, wir geben jetzt nochmal einen Schnelligkeitszaubertrank. Da ist er doch. Boah, ich hasse das echt. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Was ist denn viel? Hey, komm. Zucker. Zucker. Und dann... Zucker plus neun. Neun ist... Redstone. Zucker und Redstone brauchen ich. Na. Komm. Komm. 5 Euro. Wo hab ich denn? Da. Zack. Na. Nein, spiele nicht. Toll. Da kann ich schneller hinlatschen. Köpfe mögen mich nicht. Ne. So, Wake Potion. Alles deine Schuld vielleicht. Und Redstone. Was ist Redstone da? Aber Knochen kriege ich ganz schön viele, ne? Ja, das ist immer das geilste. Ich hab jetzt 58 Stück. So, jetzt brauche ich nochmal drei Flaschen. Und ich bin ohne Knochen reingegangen. Achja. Aber eigentlich ja gut. Ich brauche die Knochen auch nur, nämlich auch nur für die Bugswitch warm. Ja. Ja auch nicht. Du hattest hier eine gebaut. Stimmt ja. Ja. So. Und, what's done hinterher? Wenn man Langeweile hat, dann macht man sowas halt. Ja, und wenn man das für Essen braucht, dann macht man das auch. Ja. Und Langeweile. So. Das ist noch eine Langeweile. Hm. So. Jetzt hab ich gleich Schnelligkeitstrank. Nein. 20% und dafür 8 Minuten lang. Ja. Ja. Das ist schonmal. Verreck. Und die... Na ja. Hä? Warum hab ich den Rucksack denn? Hast du den Rucksack? Ne. Achso. Kein Rucksack. Ja, diese Kack-Ferderüsten sieht aus wie so ein Rucksack. Ja, ne? Hm. Stärketränke. Wo ist er denn? Wo ist er? Wasseratmung, Schwäche, Stärke 1. Ne. Ja, ja. Stärke 1 doch. Plus anderthalb Herzen. 3 Minuten. 13. Lohnenstaub. Ah, okay. Dafür bräuch ich den Lohnenstaub. Ihr Drecksviecher, wo seid ihr? Lohnenstaub? Lohnenstaub? Ah, der Lohnenstaub. 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 Alles klar, Flash. Ähm. Was brauchst du danach? Läfst du fast im Dachschaden, aber ehrlich. 8 Minuten anderthalb Herzen. Ja, komm, wir packen wieder Nummer 9 rein. Ja, mach das. Ich könnte jede Zahl sagen, du weißt nicht was es ist. Nö. 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 Das ist mir auch egal. Ah, jetzt hab ich den Krampf gerade. Ah. Das ist dafür, dass du mich ihm ausgelacht hast. Uh. Das ist nicht gut. Rache dafür. Ja, gut. Zwei Stück fehlen noch. Gut. Oi. natürlich keine rote dazu bekommen nicht doch so und stärke tränke dass die kartoffel immer so wenig halten na ja mal zum ich fleisch haben so einmal schnelligkeit und einmal stärker und jetzt geht's ab hey der eisengolem räumt erstmal da hinten voll auf ja cool boah jetzt brennt na wo ist der andere boah ist der weit gelaufen der scheiß golem da ist er du spinnst auch ne weißt du aber die creeper die klatscht ja hier nicht kaputt doch jetzt hat er die creeper umgeklatscht ok ha geil alter die zwischen nicht ne ne beim golem nicht ok aber das blöde ist gut der kann mir jetzt die ganzen skelette vom leib halten der räumt 1a auf der typ auf der wüste hey lass mir mal ein zombies du vogel ich brauche erfahrungspunkte hallo und rote ja nein auf den fels oh ich weiß welchen zaubertrank ich gleich mache wow feuerresistenz ich habe gerade ein ziel erreicht meister des kampfes ja cool hier musst du irgendwie glaube ich 8 herzen abziehen oder sowas ok ja mit hat er auch noch kaputt gemacht scheiß garst ehrlich gas machen hier ne kaputt und sowas ja ne das stück von aufstieg den ich je gemacht habe doch kein wunder wenn die 2 garst ne 3 garst äh habe ich irgendwas verpasst mit skeletten und rüstung wieso die hat ein skelett äh rüstung an ja das ist doch schattenleim genommen mein gott bist du bescheuert und hier ist immer noch der bug das hier immer noch die feuerkugel in den luft schwebt achja einfach nur zu geil einfach nur zu geil ich muss mir ein neues essen gleich mitnehmen wenn ich hier dann wieder reingehe erstmal verzauere ich nochmal mein neues tier schwert dann gleich also ich empfehle dir das einfach auch mal zu machen mit den tränken ja ja ich brauche mir gleich noch hier äh diese eintränke dazu die feuerresistenzen wir kommen hier wieder zurück und was ist es ist nacht na herr enderman 1 2 2 schläge enderman down zu geil ich feier das der geht krank ja noch ja stärkt krank und schnelligkeit ich rase einfach übers feld in ner kurzen zeit habe ich jetzt hier schon 5 level gemacht yeah cool ja die ganzen dinge geben nicht mehr so viel mhm boi zack einmal schlafen gehen hier drin und du bist schneller als die skelette mhm die treffen dich nicht mehr so ganz so zack 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 und schön gunpowder zack diamanten zack und so ja ist klar warte mal geben eigentlich monster die auf schwer sind mehr erfahrungspunkte weiß ich nicht ich auch nicht aber was haben wir denn drauf ban halbbarkeit und verbrennung endermänner ihr seid mir grad wichtiger vier endermänner ja von halbbarkeit und verbrennung ist ja aber kein looting nein nein müsste dich ja schon wieder auslachen alter endermann ihr seid ja verdammt stark auf normal aber mit verbrennung ist gut sterb du ja ist bei endermann dann auch wieder blöd dann hauen die wieder ab ja ja ich hab jetzt treff jetzt aber das schwer da du hast noch keins mit looting gab ne nein das ist ja herrlich ja das ist wirklich also richtig herrlich am arsch noch ne enderperle nice komm her endermann wo willst du hin aber es lohnt sich nicht mit der schwierigkeit umzustellen ne 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 die tropate betrachten ja endermann endermann sei nett oh genau schön gegen kaktus so haben wir denn hier noch irgendwas was noch ne enderperle nice so der kopf ne bitch bitch ne bitch bitch das hat hier gedroppt irgendwas vielleicht die bitch bitch n stick alter wie ne scheiss bitch droppt n stick die mich verkackeieren hehehe manchmal macht die tränke das ist viel geiler ok hab ich das hier reingetan kommt her kommt her ihr dürft alle sterben mein wegen hehehe 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 hi creeper ich hab immer noch ne eisenrüstung glaub ich auch warum soll ich denn ne bessere anziehende diamantrüstung oder sowas hm kann man auch ne ja du bist besser gegen den ende oder wo ist er ne obwohl wo ist er ich bau mir da tränke einfach nur zusammen ok äh ich mach schadenstränke auf stufe 2 und dann als wurftränke ok den rotz ich damit voll hehehe zusätzlich mach ich dann noch Regenerationstränke die ganz guten mhm da hab ich keine sollte ich eigentlich keine angst haben davor kannst du keine kugelfische beraten oh schade ne du kannst kugelfische für tränke benutzen für ähm unter wasser atmen glaub ich ne kugelfisch ist Nummer 2 ja unter wasser atmen aha naja nach 5 routen habe ich jetzt nur noch eine und aber immer noch 8 enderpellen hm hm ich hab jetzt nochmal 3 enderpellen bekommen ich weiß jetzt nicht ich glaube irgendwo hatte ich noch welche zu hause rumfliegen tränke der unsichtbarkeit habe ich auch noch der golem räumt hier ab hm ach ich glaube auch die witch die droppt äh flaschen ja naja dass du ne flasche bist leere flaschen ach komm vier level nur noch ich brauche ein level 30er schwert hm wo hatte ich jetzt die sticks da hab ich die strings da hab ich die sticks falsch rum natürlich doch hm 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 weißt schreck 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 hm hm du hast halt kein glück ich werde aber auch kein glück glaube ich haben ne hab ich irgendwie sowieso nie boah schön viele knochen ja apropos knochen ich habe doch noch so einen scheiß spawner gefunden da werde ich mich gleich da werde ich gleich weiter leveln haha geil und das alles in der nähe ja dafür müsste ich ganz schön weit laufen hm ne den hab ich den hab ich ja gott sei in der nähe jetzt ja wie gesagt ja dafür müsste ich ganz weit laufen ach ja ich könnte perfektionieren dann könnte ich eine falle raus und eine richtige farm ausbauen nein und meine tränke sind alle wie viele feile kriegst du bei einer herstellung tränke drei pfeile ach pfeile äh ein pfeil vielleicht ja ja glaube ich mal ich glaube das waren vier ich weiß gar nicht ich weiß dass es bei WAST vier sind haha kann ich hier bestätigen ich weiß es nicht oder zehn ich glaube so viele waren das gar nicht oder ein guck einfach ich weiß es ja machen wir ja gerade ähm vier stück kriegst du doch ja na ne ist ja ok ja ja level machen wir da hä 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 Ja, einfach mal leveln. Leveln, leveln, leveln. Ja, am Arsch. Ich würde sowieso versuchen, Infinity zu kriegen. Auch wenn es mit dem Leveln dauert. Ja, toll. Wegen dem Ender-Drachen. Ja, toll. Ach ja. Flasch ist doof. Ne. So, jetzt machen wir mal den Spawner wieder aus. Zack, zack. Na, Skelette, jetzt wird erstmal gefarmt hier mit euch. Oh, die Zeit ist ein bisschen schön ankommen. Ne, noch nicht. Ich hab gesagt gleich. Noch nicht, ist er, Mensch. So ruhig, du Penis. Komm, Skelette, es braucht man hier eine Runde. Ja, ja. Aber, im Zweifels, Ende. Hände. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018